Hallo liebe Leipzigerinnen und liebe Leipziger, mein heutiges Thema für mehr selbstbestimmte Kommunen. Immer mehr Aufgaben werden durch Bund und Land an die Kommunen übertragen. Das kann so nicht weitergehen. Insbesondere für Leipzig heißt das, finanzielle Engpässe zu überstehen. Deshalb ist der Bund gefordert, mehr Fördermittel direkt an die Stadt Leipzig zu geben. Deshalb zur Bundestagswahl am 24. September 2017 Erststimme für Sören Pellmann, Zweitstimme für Die Linke.